Seitiges Fell, gut genährt. Auf den ersten Blick alles in Ordnung. Doch vor einer Woche hing das Leben dieser Katze am seidenen Faden, als sie in die Praxis von Tierarzt Ernst Wilhelm Kalden gebracht wurde. Mit schwersten Verletzungen. Die war sehr schlimm zugerichtet. Ihr Schwanz war enthäutet. Die beiden Hinterkeulen hatten keine Haut mehr. Es war alles zerrissen. Wir hatten auch gezweifelt, ob wir sie leben lassen sollten oder nicht. Zahm und zutraulich ist sie. Aber beim Abtasten zeigt sie gut hörbar an, dass sie sich nicht wohlfühlt. Sie hat noch wahnsinnig viele Schmerzen, weil die ganze Hinterpartie, die war eigentlich völlig enthäutet. Sie sehen, wenn ich sie vorne am Kopf streichle, dann findet sie das gut. Aber wenn ich nach hinten gehe, hat sie Angst, dass sie wieder Schmerzen bekommt. Jetzt wird es jeden Tag ein bisschen besser. Die Wunden verheilen ganz gut. Sie hat sicherlich auch noch furchtbare Prellungen im Beckenbereich. Ich übe das Laufen langsam wieder. Also ich sehe der ganzen Sache ganz positiv entgegen. Noch aber braucht Mieze namenlos viel Liebe, Pflege und Antibiotika. Sie hat einen langen Heilungsprozess noch vor sich, aber immerhin seit heute schafft sie es wieder auf allen vier Beinen zu laufen. Und ihr Appetit steigt auch so ganz allmählich. Die Verletzungen hat sich die Katze wahrscheinlich im Motorraum eines Autos zugezogen. Also wir wissen es natürlich nicht. Ich vermute eigentlich, dass dieses Kätzchen, um Wärme zu kriegen, unter der Motorhaube gesessen hat und irgendjemand sein Auto gestartet hat. Und so wie die Verletzungen aussahen, glaube ich, dass sie nicht überfahren, sondern eher in die Keilrehen gekommen ist. Gefunden wurde die Katze im nordhessischen Meinhard-Jesstedt. Ob sie dort in den Motorraum geklettert ist, weiß niemand, wo genau die Katze vermisst wird, auch nicht. Genau, das hoffen wir, dass wir den Besitzer jetzt auch wiederfinden, weil die Katze wurde auf der Straße gefunden und zu uns gebracht. Und natürlich wäre es klasse, wenn man vor Weihnachten die Besitzer wiederfinden würde und dass sie da wieder hingehört, wo sie herkommt. Katze, weiblich jung und auf dem Weg der Besserung, sucht nach ihren Besitzern für ein Weihnachtsfest mit Happy End. V Dewiour-Jesstedt Viesel 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 Vielen Dank.